Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, Episode Nummer 65 und ich hoffe es geht euch wie immer blendend und ihr nutzt das gute und wechselhafte Wetter dafür aus, dass ihr mal wieder ein paar Touren macht. Es ist ja wirklich lustig, es ist ja mittlerweile schon richtig sommerlich fast schon und ich hoffe, dass wir jetzt so durchziehen können, richtig schön warm und trotzdem nicht zu trocken, damit auch die Landwirtschaft nicht in den Arsch geht. Und deshalb, wir aber trotzdem auch gleichzeitig unterwegs sein können und vor allen Dingen der Schnee endlich so richtig schön schmilzt. Es ist ja wirklich, wirklich toll. Ihr könnt euch auf Dienstag freuen, da geht es dann in einer neuen Episode von Alpenacademy erklärt um das Thema Nord-, Süd-, Ost- und Westausrichtungen in den Bergen im Frühjahr, jetzt gerade in dieser Übergangszeit, wo man sich ja doch damit beschäftigen sollte. Wo liegt eigentlich noch wie viel Schnee, wie sieht das aus mit Altschneefeldern, was muss ich da beachten, wie sollte ich die Ausrüstung dementsprechend anpassen und auf welchen Höhen kann ich denn mit was eigentlich jetzt gerade rechnen. Das ist eigentlich pauschal gültig, ich werde euch da sehr viel dazu erklären, aber das alles kommt dann am Dienstag. Heute, heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, das eigentlich seit 64 Episoden wie der rosa Elefant im Raum steht. Es ist der Grund, weshalb wir oder viele von uns eigentlich in den Bergen unterwegs sind, beziehungsweise diese Initialzündung, die dafür verantwortlich war, dass wir dann doch irgendwo die Leidenschaft fürs Bergsteigen entdeckt haben. Und ich bin erst heute tatsächlich darauf gekommen, dass wir darüber noch nie gesprochen haben, dass wir noch nie uns mit dem Thema Gesundheit beschäftigt haben. Und das ist ja eigentlich fast schon absurd, denn es ist ja wirklich das eigentlich, das ist eines der wichtigsten Kernthemen des Lebens, gesund zu bleiben und in jeglicher Hinsicht. Und auch der Sport zählt da eigentlich ja dazu, dass man gesund bleibt oder dass man vielleicht auch gesund wird. Und heute möchte ich eben die Gesundheitssau durchs Dorf treiben und wir schauen uns an, was eigentlich am Bergsport wirklich gesund ist und woher eigentlich diese Annahme kommt, dass der Bergsport gesund ist. Denn das ist ja wirklich etwas, wo man sagen muss, dass wir das alle mehr oder weniger in uns tragen. Bergsport, das ist gesund, das Wandern, das ist gesund, das Klettern, das ist gesund. Es ist ja unfassbar, wie viel gesunden Sport wir alle machen und ich möchte da auf diverse, verschiedene Teile dieser Frage eingehen und vor allen Dingen auch, wo das alles ursprünglich herkommt. Und ich würde sagen, damit wir ein Bild davon bekommen, wie Gesundheit eigentlich im Sport vereinbar ist und wie das funktioniert, würde ich einen ganz spezifischen Sport heranziehen, bei dem Gesundheit und Ungesundheit sehr, sehr nah aneinander liegen und aneinander liegen können und wo sich auch die Meinungen in der Wissenschaft und in der Medizin sehr, sehr stark spalten und auseinander driften. Das ist der Laufsport. Der Laufsport ist eigentlich das gesündeste und ungesündeste, was man so machen kann. Ich selber betreibe den Laufsport. Ich gehe gerne laufen. Ich gehe nicht sehr, sehr häufig laufen, aber ich mache es immer wieder mal sehr gerne, weil es eine Möglichkeit ist, um fit zu bleiben, weil es eine Möglichkeit ist, auch natürlich, damit man, wenn man halt irgendwie mal wieder so ein paar Weihnachtsgänse zugelegt hat, dass man die auch wieder runter bekommt und so weiter. Es hilft beim Ausdauertraining, auch für das Bergsteigen. Da habe ich ja auch ein paar Videos schon dazu gemacht in fernerer Vergangenheit. Und jetzt bleibt aber eigentlich die Frage, ist das Laufen tatsächlich so gesund? Denn wenn man sich die gesundheitlichen Risiken beim Laufen anschaut, dann ist das eigentlich gar nicht so ein bagatellisierbarer Punkt, dass das Laufen durchaus auch ungesund oder schädlich sogar sein kann. Als ein Beispiel könnte man jetzt natürlich die extremeren Varianten hernehmen und sagen, jedes Jahr stirbt bei einem Marathon eine Person im deutschsprachigen Raum. In der Regel sind es deutlich mehr als nur eine Person. Also bei allen Marathons zusammengefasst sind es sehr, sehr viele oder einige Personen, die dabei ihr Leben verlieren. Und die Ursachen dafür sind sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die waren nicht gut genug vorbereitet und hatten dann einen Herzinfarkt. Andere Leute haben einen Herzfehler gehabt, wussten davon nichts. Andere Leute starben an einem Kreislaufkollaps, weil sie Überhitzungserscheinungen hatten und stark dehydriert waren und so weiter. Die Ursachen dafür sind vielfältig, aber im Prinzip kann man sagen, wären sie nicht laufen gegangen, wären sie nicht gestorben. Das ist teilweise absurd dramatisch, weil es sich dabei ja oftmals auch um 30, 40-jährige Personen handelt, die nicht ansatzweise am Ende ihres Lebens eigentlich angekommen wären. Und somit bleibt natürlich die Frage im Raum stehen, wie gesund kann Laufen eigentlich sein, wenn man dabei draufgehen kann. Gleichzeitig ist das Laufen auch ein chronisch schädigender Sport. Wenn man es nicht richtig betreibt und nicht unter einer gewissen Vorsicht auch, dann kann man davon ausgehen, dass man langfristig Schäden am Knie, an der Hüfte, im Sprunggelenk und an der Wirbelsäule entwickeln wird. Langstreckenläufer haben oftmals das Problem, dass sie über die Jahre jedenfalls diese Probleme entwickeln und hoffentlich bis dahin eine gute Lösung dafür gefunden haben oder ausgesorgt haben oder dann eben letztlich damit enden, dass sie unter gesundheitlichen Problemen nicht mehr laufen gehen können. Das ist langfristig gesehen oft der Fall, auch wenn es natürlich nicht immer der Fall ist. Es hat auch gewisserweise was mit der Genetik zu tun und gleichzeitig muss man sagen, dass der Laufsport auch nicht für alle Leute wirklich geeignet ist. Also es gibt natürlich Menschen, da würden auch Allgemeinmediziner und Sportmediziner sagen, das würde ich jetzt nicht machen, beispielsweise bei sehr übergewichtigen Menschen. Da sind die Knochen- und Gelenkschäden massiv und deshalb sollte man den Laufsport da einfach an dieser Stelle nicht anfangen, weil die Energie, die beim Laufen entsteht, einfach doch deutlich höher ist als beim normalen Gehen. Gleichzeitig gibt es Leute, die sind beispielsweise auch sehr, sehr instabil, haben diverse orthopädische Probleme, auch denen wird oftmals vom Laufen abgeraten. Also man kann nicht davon ausgehen, dass nur weil es etwas Sport ist, es auch pauschal immer für jeden Menschen gesund ist. Aber gleichzeitig ist das Laufen gesund. Man muss jetzt hier natürlich auch fürs Laufen in die Bresche springen und sagen, wir betätigen uns, wir verbrennen Kalorien, was wichtig ist, weil wir ja in der Regel alle viel zu viel essen für unseren eigentlichen Bedarf. Dann bewegen wir uns, bauen Muskulatur auf, haben einen wahnsinnig großen Benefit für das kardiovaskuläre System in unserem Körper, also im Prinzip auf Deutsch gesagt für das Herz-Kreislauf-System, für das Herz, es ist herzstärkend. Also das Laufen ist in vielerlei Hinsicht eine gesunde Angelegenheit und kann uns letztlich dabei helfen, mit mehr Lebensqualität durchs Leben zu gehen und vielleicht auch den einen oder anderen Tag länger zu leben, als wenn man faul auf der Couch sitzt. Das alles trifft beim Laufen vollkommen zu, also es hat ein Für und Wider und ich finde, dass dieser Bezugspunkt wahnsinnig gut ist, wenn man über das Bergsteigen reden will. Sport, wenn man jetzt mal kurz ganz allgemein darüber spricht, ist immer bis zu einem gewissen Maß wahnsinnig gesund mit diversen Risiken und Nebenwirkungen, da fragen Sie dann bitte Ihren Arzt oder Apotheker, aber im Prinzip kann man sagen, Sport ist gesund, ganz allgemein. Wenn man Sport exzessiv betreibt und extrem viele Einheiten, extrem intensive Einheiten macht, vielleicht auch irgendwie im Leistungssportbereich arbeiten möchte oder so, dann ist es definitiv nicht gesund. Dann sind die Schäden und Risiken viel, viel höher als die gesundheitlichen Benefits. Menschen, die im Leistungssportbereich unterwegs sind und trainieren, die sind schon gesund. Also die profitieren auch nicht mehr von diesen Einheiten und von dem Training, sondern sie schädigen nur noch ihren Körper durch immer größere Umfänge, immer mehr Trainingsvolumen und so weiter. Ich kenne das von mir selber, ich kenne das von mir selber aus dem Laufsport, ich kenne das von mir selber aus dem Klettersport, weil ich ein Mensch bin, der wahnsinnig anfällig dafür ist, wenn er etwas tut, es wahnsinnig ambitioniert zu machen und so zielstrebig wie möglich am höchstmöglichen Level zu kratzen. Ich bin ein sehr, sehr ehrgeiziger Typ, wenn es um meine eigene Vorstellung geht, was ich können sollte und was ich nicht können sollte, gar nicht im Vergleich mit anderen, sondern einfach nur, was meine eigene Einschätzung hergibt. Und dafür trainiere ich unabdingbar und sehr, sehr hart. Und das fordert beim Klettern ein Opfer, das sehe ich jetzt gerade, weil mir einfach das Band gerissen ist an den Fingern. Das habe ich letztes Jahr beim Laufsport gesehen, als ich Knieprobleme bekommen habe. Das sind alles Dinge, die entstehen einfach durch zu viel Volumen und durch zu radikales Training. Das ist eben dieser Leistungssportgedanke, das ist diese Leistungssportgrenze, die viele Menschen überschreiten und dadurch den Sport ungesund machen. Und das gilt ebenfalls wieder pauschal. Das ist vollkommen egal, ob wir uns jetzt über Laufsport, Klettern, Basketball, Fußball, Eishockey oder was auch immer unterhalten. Das ist vollkommen wurscht. Es ist immer eine gewisse gesunde Grenze zu beachten. Wenn man darüber hinausgeht, dann wird es ungesund. Und jetzt müssen wir uns über den Bergsport unterhalten. Wir haben jetzt diese allgemeinen Prämissen, die übrigens auch allesamt für den Bergsport gelten, klargestellt. Und ich glaube, wir sind jetzt alle auf demselben Nenner. Aber wir müssen uns jetzt aber die Frage stellen, wir müssen heute ein bisschen ruhiger reden, wir müssen heute ein bisschen entspannter reden. Wir hatten letzte Woche aber auch eine echt intensive Episode, muss man auch ehrlicherweise sagen. Das war ja wieder ein hartes Stück Arbeit. Also das war vor allem wieder frustrierend. Deswegen müssen wir heute ein bisschen entspannter und unsacklicher an die Thematik herangehen. Jetzt müssen wir uns beim Bergsport aber auch mit einem Faktor beschäftigen, den viele vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, wenn es um die Frage geht, wieso eigentlich so viele Menschen davon überzeugt sind, dass Bergsport gesund ist, ganz grundsätzlich gesund ist. Diese ganzen Punkte, die ich gerade angesprochen habe, die für den Sport allgemein gültig sind, sind großteils auch für den Bergsport gültig, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Da müssen wir jetzt vielleicht einen kleinen zeitlichen Schritt zurück machen, nämlich in das Jahr 2020. Im Jahr 2020, da gab es dieses Virus, ihr könnt euch vielleicht so ganz banal, so ganz, ganz scharf noch daran erinnern, es war so eine Kleinigkeit, also ich glaube es war so eine Randnotiz in den Medien, Corona hieß das Ganze. Und die, ja, die schlug um sich in Europa und dieses Virus sorgte dafür, dass die Menschen sich isolieren mussten und dass die Menschen sich voreinander auch schützen mussten. Die Anfangszeit von Corona war vor allen Dingen mit Lockdowns geplagt, weil Politik und Gesellschaft in erster Linie unsicher war und überfordert mit der Situation war, was vollkommen verständlich ist, weil niemand, der in den politischen Verantwortungspositionen saß, hat eine Pandemie bisher miterlebt und dementsprechend war das Ganze in gewisser Weise neu und auch ernst und dramatisch. Und deshalb hat man dann eben mit diesen Lockdowns reagiert und ich will das jetzt gar nicht bewerten, ob das falsch oder richtig war, das weiß ja keiner im Prinzip, es gab ja jetzt keine Alternativenmodelle oder sowas. Insofern muss man sagen, diese Lockdowns haben dafür gesorgt, dass wir uns selbst abisolieren mussten und dass wir uns auch wieder mehr mit uns beschäftigen mussten, denn wir hatten ja sonst relativ wenig zu tun teilweise. An dieser Stelle kam dann aber auch diese Empfehlung. Ich weiß nicht, ich hatte da teilweise, habe ich noch so ein paar Worte im Kopf, wo Angela Merkel im Fernsehen saß und sagte, man soll doch ein bisschen spazieren gehen und man soll Kniebeuge machen und bei den Lüftungspausen, damit es nicht kalt wird und so. Also ganz spannende Sachen hat die da teilweise von sich gegeben. Auch in Österreich hatten wir damals noch unseren Gott gewordenen Kanzler Sebastian Kurz, der dann gesagt hat, ja, er versteht das, man will nicht mehr, man kann nicht mehr und so weiter, man soll sich ein bisschen bewegen, man soll in die frische Luft gehen, aber bitte, bitte nur alleine und so Geschichten. 2020 war ein wildes Jahr, das muss man echt, das muss man sich ja an dieser Stelle auch mal echt sagen, 2020 war ein verdammt wildes Jahr, aber ich schweife ein bisschen ab. Jedenfalls haben sich dann die Leute damit beschäftigt, was kann man eigentlich tun, wenn Infrastruktur mehr oder weniger nicht mehr funktioniert, jetzt abgesehen von Öffis, aber die Infrastruktur drumherum, also Fitnesscenter haben zugehabt, Schwimmbäder haben zugehabt, öffentliche Sportplätze etc., alles war dicht. Zumindest bei uns in Österreich, ich weiß nicht, wie das in Deutschland war, aber in Österreich war alles zu. Und dann haben sich die Leute damit auseinandergesetzt, okay, die ganze Welt sagt mir jetzt, ich soll mich ein bisschen bewegen und ich soll spazieren gehen und so weiter, es hat nichts offen, ich kann mich nicht mehr sportlich betätigen, was ist denn eigentlich noch da? Ja, das Wandern und diese Prämisse, das Spazierengehen und rausgehen und Wandern und so weiter, dass das alles gesund ist, die wurde in dieser Zeit sehr, sehr stark in den Köpfen der Menschen verankert. Und das vollkommen zu Recht, denn es war eigentlich das Bestmögliche, was man in dieser Situation hätte tun können. Leider haben in dieser Zeit auch sehr viele Leute sich eben mit dem Wandern und mit dem Bergsport auseinandergesetzt, die vielleicht gar nicht so gut darauf vorbereitet waren in diesem Moment. Für mich persönlich war das ja, ja im Prinzip war das ja eine Einladung, das zu tun, was ich im Prinzip ohnehin jeden Tag mache und deswegen war das jetzt für mich keine große Neuigkeit und ich musste mich auf nichts einstellen. Aber viele Leute wurden eigentlich in eine Welt entlassen, die nichts zu bieten hatte, außer wandern gehen. Und dann hat man sich ein bisschen damit auseinandergesetzt, der Handel hatte auch nicht offen, es gab keine ersten Tipps und so weiter. Es war eine wilde Zeit, belassen wir es einfach dabei. Jedenfalls haben sehr viele Leute auch mit diesem Hintergedanken, dass es doch gesund sei, sich zu bewegen und aktiv sein zu wollen, mit dem Wandern angefangen. Und dadurch wurde dieser Gedanke, der ohnehin schon gegeben war, dass der Bergsport gesund ist, nochmal verstärkt und das Ganze hat sich noch intensiver in die Köpfe der Menschen gebrannt. Und jetzt, jetzt müssen wir uns damit beschäftigen, wie gesund ist Bergsport eigentlich wirklich? Wie weit haben wir uns da eigentlich in eine Fehlannahme gestürzt, aus der wir gar nicht mehr so wirklich rauskommen? Oder vielleicht ist das ja auch alles vollkommen richtig? Dazu müssen wir uns erstmal mit der Frage beschäftigen, was für eine Muskulatur brauchen wir eigentlich beim Wandern und Bergsteigen und beim Klettern? Beim Bergsteigen ist es relativ einfach. Wir brauchen ein bisschen Rumpfmuskulatur für die Rumpfstabilität. Wir brauchen Bauchmuskeln, damit wir quasi aufrecht gehen und nicht umfallen. Wir brauchen Oberschenkelmuskeln, im hinteren Oberschenkel, im vorderen Oberschenkel, wir brauchen Wadenmuskulatur. Aber im Großen und Ganzen, wir brauchen relativ viele Muskeln, gerade beim Aufsteigen im Gluteus Maximus, also im Arsch auf Deutsch gesagt. Und das war es dann aber im Großen und Ganzen. Das ist eigentlich das Wichtigste und das ist auch sozusagen das, was am meisten trainiert wird beim Bergsteigen. Jetzt muss man aber auch sagen, dass wenn man damit gerade frisch anfängt und man sich vielleicht vorher gar nicht viel bewegt hat oder was ganz, ganz anderes gemacht hat, keine Ahnung, schwimmen sagen wir jetzt einfach mal als Beispiel, dann mag das am Anfang auch teilweise sehr anstrengend sein und sehr fordernd sein. Denn ja, dieses Hochsteigen, das kann über 100 Meter kein Problem sein, über 5 Kilometer und 1600 Höhenmeter, aber durchaus sehr, sehr anstrengend sein. Und natürlich ist der Bergsport nicht nur eine muskuläre Geschichte, natürlich brauchen wir auch die Ausdauer, obwohl wir uns gar nicht schnell bewegen. Wir kombinieren im Prinzip die Belastung vom Klettern in die Höhe sozusagen mit der Belastung durchs Laufen aufgrund der Geschwindigkeit. Und beim Klettern haben wir seltener oder etwas weniger Anspruch an die kardiovaskuläre Fitness. Dafür haben wir mehr Anspruch an, also es ist für die Muskeln deutlich anspruchsvoller und beim Laufen ist es deutlich weniger anspruchsvoll für die Muskulatur, aber deutlich anspruchsvoller für die kardiovaskuläre Fitness. Und im Prinzip trifft sich beim Bergsteigen sozusagen bei 45 Grad höher, wenn 90 Grad das Klettern ist und 0 Grad ist dann unser Laufsport, dann trifft sich bei 45 Grad tatsächlich die Mitte, an der man sagen kann, der muskuläre Anspruch ist relativ hoch und der kardiovaskuläre Anspruch, der Anspruch an das Herz-Kreislauf-System ist auch relativ hoch, sodass wir sowohl als auch eine Doppelbelastung, also wir kriegen eine Doppelbelastung zustande, die mit entsprechenden Regenerationszeiten sehr förderlich für die Gesundheit sein kann. Jetzt ist es aber nicht nur eine Frage der kardiovaskulären Fitness und der Muskulatur, wenn wir in die Berge gehen, sondern es ist auch eine Frage der Gelenke, eine Frage der Knochenstruktur, eine Frage des Alters, eine Frage vielleicht auch des Bauchumfangs, bei manchen jedenfalls. Und alles in allem sollte man das dann alles isoliert nochmal sich anschauen. Deswegen fangen wir vielleicht jetzt am besten bei den Knien an. Wenn man mit Leuten spricht, die seit vielen Jahren in den Bergen sind, eher seit vielen Jahrzehnten, dann werden viele sagen, dass die Knie ein Problemfaktor sind, der mal früher, mal später einsetzen kann und dann vielleicht in erster Linie mal dazu führt, dass man sich Stöcke zulegt. Denn Stöcke sind ein großer Nutzen, wenn es um Knieprobleme geht, weil man kann die Kraft, die einwirkende Kraft auf das Kniegelenk dann doch deutlich reduzieren. Gleichzeitig führt es aber auch dazu, dass etwas Muskulatur abgebaut wird, weil nicht mehr so viel Muskulatur benötigt wird, weil eben die Kraftanwirkung auf das Knie geringer ist. Und so kann man sich theoretisch auch in eine Abwärtsspirale strudeln, aber das ist jetzt vielleicht auch eher ein anderes Thema. Aber die Knie sind jedenfalls ein Problem. Die Meniskusschäden, Kreuzbandrisse, wenn man sich beim Bergsport vielleicht mal eher verletzt, aber Meniskusschäden durch Dauerbelastungen, vielleicht auch durch Übergewicht, vielleicht auch durch Fehlhaltungen. Fehlhaltungen sind ein ganz, ganz großer Faktor. Auch dieser Fehlgang, es gibt viele Leute, die einen sehr, sehr falschen Gang an den Tag legen, den nehmen sie mit in die Berge. Das Knie wird etwas besser verpackt durch die Oberschenkelmuskulatur, aber dadurch ist diese Fehlhaltung beim Gang deutlich schwieriger für den Körper auszuführen, sodass es dann zu Problemen führt im Knie. Es ist eine vielfältige Geschichte und das Ganze gilt im Prinzip auch für die Hüfte. Es gibt Leute, die sehr gebeugt immer gehen, das führt letztlich auch zu einer einseitigen Abnutzung an der Hüfte. Es gibt sehr, sehr viele Probleme mit Gelenken, wenn es ums Bergsteigen geht und diese Probleme werden mit dem Alter auch mehr. Und vor allen Dingen, wenn man das Ganze nicht richtig angeht, dann führt das langfristig dazu, egal wie alt man jetzt ist, dass man irgendwann eben mit Schäden zu kämpfen hat, mit Schmerzen zu kämpfen hat. Und ich kenne halt wirklich sehr, sehr viele gescheiterte Bergsport, also nicht gescheite, sondern gescheiterte Bergsportexistenzen, die einfach an gesundheitlichen Problemen leiden. Vielleicht nicht mal unbedingt durch den Bergsport oder zumindest, naja, meistens schon durch den Bergsport. Und jetzt eben genau deshalb den Bergsport nicht mehr ausüben können und jetzt einfach zu Hause sitzen und irgendwas anderes machen, weil sie ja eigentlich für diesen gesunden Bergsport gelebt haben und jetzt sozusagen davon, ja, befreit wurden zwangsweise. Dann gibt es natürlich noch den anderen Faktor. Warum glauben wir, dass es gesund ist, in die Berge zu gehen? Ja, da gibt es eben diese Idee, dass dieses Draußensein, das Draußenunterwegssein, sich bewegen, die frische Luft, Luft, das ist bedingt tatsächlich vollkommen richtig. Also ich glaube, kein Mediziner würde sagen, ne, frische Luft, das geht gar nicht. Man darf das aber auch vielleicht nicht, man darf das vielleicht nicht überbewerten. Und ich glaube, es wird ganz oft überbewertet. Ob wir jetzt rausgehen zum Tennisspielen oder rausgehen in die Berge, ist eigentlich vollkommen wurscht. Man kann theoretisch auch drinnen lüften, also dieser frische Luftgedanke ist nicht wirklich valide. Es gibt ihn und es treibt die Menschen vor allen Dingen an, sich zu bewegen. Es ist im Prinzip ein, ja, ich will jetzt nicht scheinheiliges Argument sagen, aber es ist sozusagen ein Strohmann-Argument, damit sich die Leute irgendwie bewegen. Wenn man sagt, man geht raus an die frische Luft, das ist so ein typischer Satz, den man auch schon als Kind hört. Man sollte auch endlich rausgehen an die frische Luft. Im Prinzip ist der Hintergedanke die Bewegung und nicht unbedingt die Luft, weil ich könnte ja auch das Fenster aufmachen, also dann hätte ich ja auch die frische Luft. Es geht also primär um die Bewegung, ob man jetzt draußen unterwegs ist und Tennis spielt oder draußen unterwegs ist und in den Bergen unterwegs ist, das spielt keine große Rolle. Und auch die Frage nach der frischen Luft und die Frage danach, ob die Luft jetzt in den Bergen so viel besser ist als unten im Tal, die möchte ich hier an dieser Stelle jetzt nicht beitreten. Aber ich würde jetzt mal annehmen, die Luft in den Bergen ist natürlich besser, weil sie nicht zu fein staubbelastet ist. Aber auch hier, ich könnte mich ins Auto setzen oder in den Zug setzen und einfach aufs Land fahren. Dann wäre die Problematik unter Anführungszeichen auch gelöst, weil ja, man könnte dann noch vielleicht über Methanbelastungen durch Kühe argumentieren, aber die Kühe gibt es im Hügelland und im Mittelgebirge auch. Also da stimmt es dann auch wieder nicht ganz. Also es ist so ein bisschen diese Argumentation vom Draußensein, frische Luft, das hinkt alles so ein bisschen herum. Ich möchte das übrigens überhaupt nicht abwerten. Das ist alles ja vollkommen richtig und es führt dazu, es ist letztlich immer noch viel, viel besser, als wenn man sich zu Hause einsperrt. Ich glaube, da muss ich das überhaupt dazu sagen. Ich glaube, da brauchen wir eigentlich überhaupt nicht drüber diskutieren. Das ist mir klar, das ist euch klar. Es ist eigentlich eh jedem klar. Jetzt müssen wir noch über ein Thema sprechen, das tatsächlich in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewinnt, auch bei der Bergrettung. Nämlich die Sache, dass viele Leute ein Herz-Kreislauf-Problem am Berg entwickeln, weil sie beispielsweise zu wenig Trinken dabei haben, also einen Kreislauf-Kollaps erleben, weil sie zu wenig Trinken dabei haben, weil sie zu wenig Essen dabei haben, weil sie vielleicht nicht genug gefrühstückt haben, weil sie sich selbst überschätzt haben, weil sie zu spät losgegangen sind und dann im Hochsommer in einen Hitzestau geraten. Der Körper baut dann die Hitze nicht mehr vernünftig ab. Er kann nicht mehr vernünftig schwitzen, weil vielleicht auch die Flüssigkeitszufuhr nicht dementsprechend gegeben ist, überhitzt dann, man hat einen Sonnenstich. Daran kann man auch sterben, liebe Leute. Das ist halt wirklich ein ernstes Thema. Auch wenn so Dinge wie Sonnenstich und sowas bagatellisiert werden und kleingeredet werden. Aber am Berg akut kann das tatsächlich ein echtes Notfallszenario, ein echtes medizinisches, gesundheitliches Notfallszenario werden. Das sollte man nicht kleinreden. Und das sind Dinge, die muss man unbedingt beachten. Und wie eben auch Einsatzzahlen zeigen, die werden eben nicht immer beachtet. und dementsprechend so gesund hört sich Sterben auch am Berg nicht unbedingt an. Und natürlich muss man dann auch wieder sagen, ja, aber die Leute sind dafür dann mehr oder weniger auch selber verantwortlich. Die Leute müssen selber wissen, ob sie genug zu trinken mit haben und ob sie vorbereitet genug sind. Aber ich möchte das in einem ganz allgemeinen Kontext jetzt hier formulieren und sagen, grundsätzlich ist das ja alles richtig. Man muss vorbereitet sein, egal ob ich laufen, klettern, schwimmen oder bergsteigen gehe. Ich muss mich auf die Belastung auch entsprechend einstellen können und dementsprechend vielleicht auch ausgerüstet sein. Gleichzeitig ist es aber so, dass man sich, wenn man sich in so eine Situation begibt, dann nicht unbedingt in eine gesunde Situation begibt. Also wenn ich jetzt bei 40 Grad in die Berge fahre und dann hat es oben nur noch 28, weil ich mich abkühlen will und es ist halt immer noch viel, viel zu heiß, dann ist es einfach eine grundungesunde Ausgangssituation, egal was ich da jetzt mache. Deshalb pauschal ist zu jeder Zeit und an jedem Ort das Bergsteigen auch nicht unbedingt immer gesund. Falls ihr jetzt übrigens das Gefühl habt, dass ich jetzt hier gerade Anti-Werbung für den Bergsport machen will, weil ich ja die ganze Zeit sage, dass das hier alles so ungesund ist, das ist absolut nicht der Fall. Ich möchte jetzt hier mich nur deshalb auf diese ganzen negativen Aspekte konzentrieren oder auf die negativen Aspekte, auf die ungesunden Aspekte des Bergsports konzentrieren, weil mir eine Sache in den letzten zwei Jahren, vor allem seit Pandemiebeginn, aber auch schon davor teilweise, sehr penetrant aufgefallen ist und ich möchte sozusagen jetzt hier die überspitzte Reaktion darauf, die übertriebene Reaktion darauf liefern, weil eine Sache ist wahnsinnig übertrieben worden in den letzten Jahren und das ist der Gesundheitsfaktor, wenn es um die Vermarktung von Bergsport geht. Gesund in die Berge zu gehen oder gesund zu werden, weil man in die Berge geht, ist heute das Totschlag-Argument der Industrie, um Leute in die Berge zu bringen. Das ist meiner Meinung nach teilweise schon so absurd geworden. Also wie dafür geworben wird teilweise, dass man doch unbedingt rausgehen soll. Übrigens nicht immer sind das die Hersteller von Ausrüstungsgegenständen. Das ist gar nicht so deren Masche, dass die das Marketing über diese Gesundheitsschiene machen, sondern viel öfter, und das finde ich eigentlich ganz spannend, machen das die Tourismussektionen. Denn die Ausstatter und Hersteller von Outdoor-Produkten, die haben meistens sowieso schon eine gewisse Personengruppe als Zielgruppe, die sich mit dem Thema ohnehin schon auseinandergesetzt hat und sowieso schon bereit ist, einzusteigen. Da macht es überhaupt keinen Sinn, in ein Marketing zu investieren, das die Leute erst dazu bringen soll, sich mit der Thematik des Wanderns beispielsweise auseinanderzusetzen. Das wäre dann vollkommen fehlgeleitet. Vielmehr beschäftigen sich aber die Tourismussektionen, die Tourismusindustrie, auch die einzelnen Bundesländer damit und deren entsprechende Tourismussektionen, damit die Leute in diese gesunde Schiene des Outdoor-Erlebnis zu bringen. Das hat vor sieben, acht, neun Jahren hat das angefangen mit diesen Wellness und Thermen und Relax-Bars und diesem ganzen Shit. Das ist ja komplett eskaliert. Also in Österreich gibt es mittlerweile keinen einzigen Ort mehr, der nicht Thermenort, Kurort, Erholungsort oder Erlebnisort heißt. Das heißt, die heißen mittlerweile alle so, gerade dass es nicht auf dem Ortsschild steht. Es steht spätestens fünf Meter davor oder dahinter ein Schild, wo dann eben Erlebnisort, Kurort, Hotelort, Spaort, Resortort, Relaxort oder ja, kack mich an Ort steht. Und dementsprechend da sehen diese Institutionen, aber teilweise auch diese Firmen, großes Potenzial. Und mittlerweile ist es eben so, in den letzten zwei, drei Jahren, dass eben dieses Wandern, dieses Outdoor, dieses Natur, Urlaub am Bauernhof beispielsweise, das wird jetzt wieder auch gerade ein ganz, ganz großes Thema. Also das wird jetzt aktuell sehr, sehr angeheizt, diese Thematik. Das alles wird gerade so ein bisschen ausgeschlachtet. Und hier wird jetzt eben die Gesundheitssau durchs Dorf getrieben. Also wenn man in die Berge geht, dann ist das alles super gesund. Und der Effekt ist, und das fällt mir in den letzten zwei Jahren sehr, sehr stark auf, und ich kann nicht sagen, also niemand kann das sagen, ob das jetzt mit der Werbung zusammenhängt oder ob es vielleicht mehr mit auch diesem Corona- und Pandemie-Gedanken zusammenhängt. Die Ursache ist schwer zu betiteln. Man sieht in den Bergen jetzt immer mehr unvorbereitete Leute, Touristen, also wirklich Leute, die für den Urlaub hierher kommen und das Wandern so ein bisschen als Drive-by-Erlebnis betrachten, aber vielleicht gerade irgendwie so einen Relax-Urlaub machen, dann mit dem Auto bis zur halben, also quasi halb auf dem Gipfel fahren und dann den Rest noch ein bisschen wandern gehen und so weiter. Man sieht sehr viel von diesen Leuten. Und ich möchte die überhaupt nicht entwerten oder kritisieren. Ich möchte sie im Gegenteil bestärken, dass sie dranbleiben und dass sie, wenn es ihnen Spaß macht, auch weitermachen sollten und immer wieder mal vorbeikommen sollten, vielleicht um das Wandern gezielter in den Fokus eines Urlaubs zu rücken, denn das lohnt sich durchaus meiner Meinung nach und ich glaube, dass ihr mir da auch definitiv zustimmen würdet. Aber diese erste Phase, in der sich jetzt gerade viele befinden, weil eben das alles so wahnsinnig gesund ist, ist, das ist teilweise auch eine gefährliche Phase. Und das letzte Mal habe ich das vor drei Tagen erlebt, da bin ich auf einem, oder vor vier Tagen, da bin ich auf einem Berg in der Region gewesen und habe gesehen, wie sich ein etwas, ja, so ein Mit-50er-Paar da hochgequält hat und es war schon sehr spät und es war jetzt auch schon sehr, sehr heiß und die waren eher unsicher, eher unvorbereitet und die wirkten eben wie so ein typisches Urlauberpaar, so Mitte 50, so Werner und Ingrid fahren jetzt mal mit dem Wohnmobil in Urlaub nach Tirol und suchen sich hier irgendwo einen Parkplatz und dann gehen sie jetzt mal wandern und haben sich scheinbar nicht gut über die Tour informiert, war halt dann doch ein bisschen Kletterei auch und ein bisschen ausgesetzt und Schottrick und so weiter und ja, und Werner und Ingrid, auch wie auch immer sie in Wirklichkeit heißen, die waren da halt massiv überfordert und man hat ihnen angesehen, es geht ihnen auch gesundheitlich nicht mehr so gut, weil es zu heiß war, weil sie nicht gut vorbereitet waren, weil sie nicht fit genug waren für die Tour und so weiter. Und letztlich ist das vielleicht auch die Pointe daran, dass wir diesen gesunden Sport so gesund gemacht haben und so beliebt gemacht haben und es gesund verkauft haben, dass sind jetzt ganz viele Leute betreiben auf einem Level, das für diese Individuen nicht wirklich gesund ist. Das ist fast schon ironisch, vielleicht auch ein bisschen zynisch, aber es ist doch eigentlich irgendwie vielleicht die Wahrheit und man muss daran jetzt vielleicht gar nichts ändern. Man muss jetzt gar nicht, ich habe jetzt gar keinen Appell an euch, auch an die Leute, die davon betroffen sind. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, die man nicht aufhalten kann oder vielleicht auch nicht aufhalten muss, aber die man vielleicht beobachten kann und die es wert ist, darüber nachzudenken und bei der es ganz spannend ist, sich den ein oder anderen Moment Zeit zu nehmen und zu überlegen, wo eigentlich Gesundheit beginnt und wie sehr man sich mit der eigenen Gesundheit eigentlich auseinandersetzt und auseinandersetzen sollte eigentlich und wann es vielleicht auch ungesund wird. Denn mittlerweile sieht man auch das Gegenteilige am Berg, nämlich das Ungesunde, diese Trailrunner, das ist eine Bewegung, die sich in sehr, sehr ungesunde Richtungen bewegt. Diese Communities dahinter bewegen sich in sehr, sehr ungesunde Richtungen. Da geht es darum, auch sehr, sehr ausgesetzte Wege, Gradüberschreitungen, auch teilweise Kraxeleien, so schnell wie möglich zu erlaufen. Dadurch wird das Ganze natürlich zu einem extremen Hochrisikosport und gerade diese Community ist sehr anfällig dafür, das überhaupt nicht zu sehen, auch nicht sehen zu wollen, denn man kann sich natürlich auch selbst nur sehr schlecht eingestehen, dass man vielleicht sich gerade selber in Gefahr begibt. Man muss das ja auch irgendwo vor sich selber relativieren können und dafür sind diese Leute auch sehr oft anfällig und generell muss man auch sagen, dass jede Form des Extremsports in den Bergen nicht nur in der Ausführung allein ungesund ist, sondern natürlich Sterben auch sehr ungesund ist und Abstürzen sowieso. Und deshalb, man sollte eben darüber nachdenken und vielleicht mal reflektiert darüber nachdenken, ob man das, was man gerade tut, auch gesund nennen kann. Das ist übrigens nicht die Prämisse dafür, es ausüben zu dürfen oder zu wollen oder zu können. Auch ich mache ungesunde Dinge, auch jeder von uns macht ungesunde Dinge, trinkt Alkohol, raucht Zigaretten, weiß ich nicht, geht hin und wieder paragleiten, das sind alles riskante oder ungesunde Dinge. Ja, arbeitet vielleicht in einem Beruf, wo man mit Feinstaub zu tun hat, ist alles sehr, sehr ungesund, geht in die Boulderhalle, extrem, extrem ungesund übrigens, für alle Leute, die das nicht auf dem Schirm haben, nicht aus der sportlichen Hinsicht heraus, sondern aufgrund des Staubes, der schlechten Luft in so Boulderhallen, alles sehr ungesund. Ich möchte deshalb nicht appellieren, dass man jetzt bitte unbedingt nur noch gesunde Sachen machen sollte und sich bitte nur noch von Salat und Erbsen ernähren sollte, überhaupt nicht. Aber zu wissen, was man tut und ob das Ganze noch gut für einen ist und ob das Ganze letztlich einfach ganz schlicht gefragt eigentlich noch gesund ist, das kann, glaube ich, keinem von uns schaden, wenn man das hin und wieder tut, ohne jetzt hier irgendjemandem einen Vorwurf machen zu wollen, von irgendeiner speziellen Person oder irgendwie auch der Allgemeinheit, das hat damit gar nichts zu tun. In diesem Sinne hoffe ich, naja, war das jetzt nicht doch irgendwie ein Appell? Jetzt muss ich hier, ja, muss ich doch drüber nachdenken, war das ein Appell, dass man über seine eigene Gesundheit nachdenken sollte? Tja, schwierig. Naja, habe ich mich doch mal wieder selbst übertroffen. In diesem Sinne wünsche ich euch, wie immer, eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund, bitte, bitte. Bleibt gesund am Berg und macht coole Touren, erlebt schöne Sachen. Bis zum nächsten Mal, wie immer. Eine wunderschöne Zeit und Bergheil.